Bevor es jetzt gleich losgeht mit der Singspiration von heute, in der wir gemeinsam das Loslasslied jetzt komplett singen, also mit dem dritten Teil, möchte ich dich unbedingt darauf aufmerksam machen, dass gerade in meinem Podcast ein Projekt vorgestellt wird, wo es darum geht, gemeinsam zu singen und genau dafür ist ja auch das Loslasslied da, um dir das Gemeinsamsingen noch mal näher zu bringen und wenn du da Lust hast, wenn dich das anspricht und du einfach spürst, ah ja, ich will schon so lange wieder gemeinsam singen und in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten sein und wo einfach auch der Text stimmt und die Energie des Projekts stimmt, dann ist es, hör unbedingt rein in die Podcastfolgen, jetzt im Dezember, jeden Adventssonntag erscheint eine neue Folge, wir hören uns gemeinsam Musik an vom Album One, also genau die Songs, die wir dann auch gemeinsam singen werden und du erfährst alle Details, wie du mitmachen kannst beim One-Projekt, weil nächsten Mai gibt es nämlich unser erstes gemeinsames Konzert und du kannst Teil davon sein. Also schau einfach hier auf dem YouTube-Kanal, die aktuellen Podcastfolgen und dann wirst du alles erfahren. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr über dein Interesse und freue mich noch viel mehr darauf, dass wir bald gemeinsam singen, dass es diese Möglichkeit gibt. Jetzt viel Spaß bei der Singspiration. Welcome, du wunderbare Seele. So schön, dass du wieder bei der Singspiration dabei bist. Heute mit dem dritten Teil vom Loslasslied. Das Loslasslied findest du hier bei YouTube. Ich stelle dir den Link unten in die Videobeschreibung rein und auch den Link, wie du das Lied, die Noten runterladen kannst. Ja, und heute gibt es den dritten Teil. Lass los, lass los. Überlass es dem Leben, was kommt, was bleibt, was geht. Und den kannst du eben auch mit Teil 1 und 2 übereinander als Kanon singen. Und hier starten wir. Lass los, lass los. Überlass es dem Leben, was kommt, was kommt. Was bleibt, was kommt, was bleibt, was geht. Las los, lass los. Überlass es dem Leben, was kommt, was kommt. Was kommt, was bleibt, was kommt, was bleibt, was geht. Las los, lass los. Überlass es dem Leben, was kommt, was kommt, was kommt, was kommt. Was kommt, was bleibt, was bleibt, was geht. Las los, lass los. Überlass es dem Leben, was kommt, was kommt, was kommt, was kommt, was kommt, was kommt. Was kommt, was kommt, was bleibt, was geht. Genau. Lass uns doch jetzt einmal das komplette Loslasslied singen. Du hast ja die letzten beiden Wochen, gehe ich mal davon aus, dass du mitgeübt hast. Ansonsten lade ich dich herzlich ein, die letzten beiden Singspirations anzuschauen, damit du das ganze Lied einfach da hast. Und wenn du natürlich auch das Lied anhörst, das du ja über den Link in der Videobeschreibung findest, dann kannst du da natürlich auch die kompletten drei Teile mitsingen. Jetzt einfach einmal am Stück. Und da fangen wir an. Lass kommen, was kommt, lass gehen, was geht. Das Leben fließt in Harmonie. Geheimnisvoll hält es in der Hand, was kommt, was bleibt, was geht. Vertraue dich dem Leben an, es lässt dich gewiss nicht im Stich. So sanft leidet es dich, so sanft leidet es dich auf deinem eigenen Weg. Lass los, lass los, überlass es dem Leben. Was kommt, was bleibt, was geht. Was kommt, was bleibt, was geht. Wunderschön. Schön, lass dich davon animieren, inspirieren. Dem Leben zu vertrauen. Es ist alles richtig so. Es ist alles in Harmonie. Meistens verstehen wir es erst später. Aber es ist alles gut. Einmal noch, ganz am Stück. Und dann kannst du ja mit dem Song, kannst du ihn dir einfach ganz oft anhören. Da ist auch der Chor dabei. Und ja, dann kannst du selber mitsingen. Lass kommen, was kommt, lass gehen, was geht. Das Leben fließt in Harmonie. Geheimnisvoll hält es in der Hand. Was kommt, was kommt, was bleibt, was geht. Vertraue dich dem Leben an. Es lässt dich gewiss nicht im Stich. So sanft leitet es dich auf deinem eigenen Weg. Lass los. Lass los. Lass los. Im Leben, was kommt, was bleibt, was geht. schön danke dir danke dir dass du hier dabei bist und dass du deine stimme erklingen lässt dass du dich auf diese texte einlässt ich danke dir wenn du das mit jemandem teilen möchtest ich danke dir wenn du den song wir in einem online store runter lässt oder wenn du ihnen in meinem shop auf meiner homepage kaufst oder das ganze album zu den wurzeln zurück du findest den link auch in der video beschreibung ja alles liebe für dich und bis bald zu einer neuen inspiration jeden donnerstag